Hallo und herzlich willkommen zum wetter.net-web-TV an diesem Mittwoch, dem 10. Oktober 2012. Ja, ich stehe mitten vor einer ziemlich verregneten Fensterscheibe. Und diese Fensterscheibe, die könnte sich irgendwo im Südwesten von Deutschland befinden. Denn dort hat es in den letzten Stunden zum Teil starke Regenfälle gegeben. Vom Schwarzwald bis zum Allgäu, da prasselten die Regentropfen nur so nieder. Stellenweise fielen im Feldberggebiet 100 bis 150 Liter Regen pro Quadratmeter. Und auch im Freiburg, im Breisgau, da hat es stark geregnet, stellenweise 50 Liter Regen pro Quadratmeter. Das war für Bäche und kleine Flüsse einfach zu viel. Stellenweise kam es zu Überflutungen. Schuld an diesem ganzen Regendesaster war quasi dieses kleine, aber feine Tief. Es hat leider keinen Namen bekommen. Und dieses Tief, das liegt quasi stationär an Ort und Stelle und brachte diese enormen Regenmengen. Aber Besserung ist in Sicht von den britischen Inseln. Da zieht nun langsam aber sicher hoch Justin zu uns herein. Und hoch Justin, der bringt heute schon in der Mitte relativ viel Sonnenschein. Die Wolken, die werden im Tagesverlauf immer dünner. Und auch im Nordwesten, da hören die Schauer langsam auf. Und nachmittags kann hier örtlich die Sonne scheinen. Sonst in der Ostseeküste noch einzelne Schauer. Und im Süden das altbekannte Tief, das bringt zunächst noch kräftigen Regen. Doch zum Abend lassen die Regenfälle dann auch hier nach. Temperaturen heute zwischen 12 Grad an der Ostsee und bis 15 Grad im Südwesten. Die kommende Nacht, die verläuft dann dank Hoch Justin vielfach sternenklar. Und sternenklarer Himmel, das bedeutet eine deutliche Abkühlung. Temperaturen in der Mitte und Richtung Süden zwischen 0 und minus 1 Grad in 2 Metern Höhe. Sonst, die werden zwischen 5 Grad und 6 Grad nur an den Küsten. Da wärmt das Meerwasser erfahrungsgemäß. Und hier liegen wir bei 7 bis 8 Grad. Wer also diese Woche noch etwas vorhat, der sollte sich auf jeden Fall den Donnerstag merken. Denn der Donnerstag, das wird mit Abstand der schönste Tag der Woche. Dann scheint nach Nebelauflösung von Flensburg bis nach Garmisch fast überall die Sonne bei 12 bis 17 Grad. Also ideales Ausflugswetter. Dann am Freitag zumindest noch im Osten sehr freundlich. Aber aus Westen, da zieht es schon wieder zu. Es setzt neuer Regen ein. Im Westen meist bei 9 bis 13 Grad. Im Osten noch mal relativ warm mit 17 bis 18 Grad. Am Samstag das ähnliche Spiel. Die Temperaturen gehen allerdings weiter zurück. Zunächst im Westen etwas Regen. Später dann auch im Osten der Regen. Ja, und mit diesen wechselhaften Aussichten verabschiede ich mich von Ihnen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und mehr Wetter finden Sie wie immer unter www.wetter.net.